Das WM-Vorrundenspiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde ist abgesagt worden. Das teilte der Weltverband IHF mit Blick auf die neuerlichen Corona-Fälle bei den Afrikanern wenige Stunden vor Anwurf mit. Schon am Samstag war man im deutschen Team von einer Absage ausgegangen. Das Spiel wird mit 10 zu 0 Toren und 2 zu 0 Punkten für Deutschland gewertet. Die DHB-Auswahl steht somit in der Hauptrunde. Das nächste und letzte Vorrundenspiel bestreitet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstagabend in Gizeh gegen Ungarn.